Buenos Dias, señoras y señores. Wir sind gerade in Spanien gelandet, in Benidorm. Genau, und wir sind hier vier Tage als Filmteam unterwegs, kreieren so ein kleines Imagevideo für die Stadt mit der Tourismusplattform Little Benidorm. Und wir nehmen euch mit auf unsere Summer holidays, beziehungsweise Arbeit. Und ja, drei Wochen liegen vor uns, ne? Also kommt mit, wir zeigen euch ein bisschen von der Welt. Was war die letzte Nacht? Ich weiß nicht, wer du bist. Du bist ein Stranger. Zoe Dias an. Ja, oder? check auf ja den Lektor. In Polen kann man immer nur einen Lektor werden. Egall, wenn man oder Frau ist. Und dann kannst du einfach deine Lippen bewegen. Und ich kann erzähle dir was, hallo meine damen und herren wir sind heute in benidorm das ist eine wunderschöne stadt an der küste spaniens und wir haben sonne schön 30 grad tolle hotels und werden sehr viele schöne basse aktivitäten